moin meine pokémon trainer da draußen mein name ist ich ein herzliches willkommen zum nächsten video einen tag war ich mal arbeiten samstag den ganzen tag und dann kommt so komplett random einfach vom pokémon unite vom twitter account hey leute mammutel ist raus bzw mammutel wird released am 29 ist es soweit wir kriegen mammutel wir werden heute mal ein video ein bisschen besprechen wie das ganze aussehen wird was das ding überhaupt drauf hat wir gucken uns mal die moves kurz an die mammutel was es machen wird ich bin unglaublich ich betone unglaublichkeit auf den auf das ding mittwoch ist release von dem wir werden das ding non stop stocken wir haben sowieso so viele coins übrig dass wir uns wahrscheinlich direkt kaufen können außer es kostet 15.000 coins deswegen wir wenn es unglaublich krass stocken es wird so hart geil ich freue mich riesig drauf und ansonsten wenn ihr nichts verpassen wollt zu pokémon unite lasst gerne abo da wir schauen uns heute mammutel haben die attacken gucken uns an die ultimate attack können wir sehen und ich denke es sind zwei moves die released sind es werden aber noch drei also es kommen ja noch zwei weitere beziehungsweise vier sind ja im prinzip offen also insgesamt sechs move hat mammutel ja mit den anfangs move aber es jetzt als krieg gestanden wird oder nicht will ich gleich vorweg sagen ich glaube nicht mehr dass es als krieg gestanden wird sondern so oft wie wir das gesehen haben kann ich mir sehr 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 gut vorstellen dass mammutel als charakter startet der direkt entwickelt ist voll kann ich mir sehr sehr gut vorstellen deswegen schauen wir uns das ganze mal an wenn ihr nichts verpassen wollt das ein abo da ansonsten viel spaß mit dem heutigen video so kommen wir nicht zu mammutel mountain ist ja ein charakter der jetzt mit dem patch oder mit dem mobile release kurz davor angekündigt wurde jetzt ist er endlich da wir sehen hier ein paar attacken einmal so eine art eis abfrage das ist so eine standard als attacke die man immer sehr sehr gerne nimmt das wird wahrscheinlich eine attacke womit man den gegnern zu laufen kann alles im radius treffen kann wie weit der radio ist jetzt in endeffekt ist das heißt ob man sehr viel radius hat oder das sehr nahkampf reich ist das kann ich noch nicht genau sagen weil wir nur ein zweimal das gesehen haben bis jetzt das heißt wir können noch nicht genau sehen wie das ist ihr kriegt auch noch moveset guide von mir wenn das ding draußen ist wenn ich ein bisschen gezockt habe und wir sehen bei dem eis abfrage dass so kleine eis später runterkommen dann kommt ein großer runter der slot den gegner beziehungsweise friert ihn wahrscheinlich auch kurz ein oder stand ihm wie man es jetzt nehmen wir das sehen wir dann wenn der release draußen ist dann haben wir noch die nächste attacke das ist so nach an rennen könnte man damit vergleichen als ob so eine art body slam mäßig ist das rennt man zum gegner hin heranstürmen und dann unterbricht man den gegner beziehungsweise alle die in diesem radius sind werden getroffen auch eine sehr krass gute attacke dann gibt es noch die ultimate attacke da rennt man zu einem gegner ran ich denke die attacke hatten größeren radios und alle die in dem bereich getroffen werden werden gestand und er macht guten flächen damit mit so einer art wie erdbeben wahrscheinlich also auch sehr 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 sick mammothil wird wahrscheinlich charakter werden der wahrscheinlich tanky wird ich betone wahrscheinlich bin mir noch nicht sicher es könnte auch ein anderes charakter werden ich gehe davon aber aus dass man mutter hier hoffentlich ein tank wird es könnte auch ein allrounder werden wenn ja sehr 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 gut könnte vielleicht wahrscheinlich sogar einen platz von lucario einnehmen als kontakt jungler wenn es gut kp und verteidigungswerte hat wenn es auch noch einen soliden angriff hat sehr sehr strong auf jeden fall mammothil hat halt die möglichkeit es kann eis attacken das ist meistens freeze oder beziehungsweise slow effekte und es hat ein flächendamage was wir jetzt gesehen haben das heißt es wird wahrscheinlich einen guten team falls denkt genutzt werden können die frage ist wirklich nur wie viel live wie für verteidigungswerte hat hier mammothil an dieser stelle die ultimate attacke sieht ja sehr sehr strong aus was ich vorhin schon einmal erwähnt habe und ich glaube man kann auch mehrere gegner auf einmal damit töten der radius ist auf jeden fall sehr sehr groß meiner meinung nach auch weil wir haben das in einem vorigen trailer schon gehen wo die beiden angekündigt wurden da mammothil einfach drei gegner auf einmal mit der union attack weg gehauen also es ist auf jeden fall sehr sehr strong ja das ist einmal alles so zum mammothil ein kleines kurzes knackiges video habt ihr von mir bekommen leute wenn es euch gefällt und je mehr unite sehen wollt lasst den daumen da ja macht den schön nach oben ansonsten vielen dank fürs zusehen wir sehen uns morgen wieder im neuen video da gibt es ein ich glaube ein shiny hunting und ein guide wollte ich raushauen also wir sehen uns morgen haut rein dank schön fürs zusehen bis die tage wie ihr ich ich Vielen Dank.